Du bist zurück! Lass uns beginnen! Für diese Mission werden nur zwei Ponys gebraucht. Welche Ponys sollen diese Aufgabe lösen? Twilight Sparkle! Pinkie Pie! Die Jagd geht los! Ah, Ponyville! Schön wieder zu Hause zu sein! Holen wir uns dieses Buntglasstück! Wir lassen dir einen Vorsprung, damit das Ganze spannender wird! Fast geschafft! Oh nein! Pinkie Pies Tanz wird böse Gestalten in eine Trance versetzen! Du hast es geschafft! Fast geschafft! Aufgepasst! Suche dir ein Pony aus! Ein Wechselpony! Gut mitgedacht! Zurück auf die Suche! Du holst auf! Was jetzt? Twilight Sparkle kann Dinge mit ihrer Magie bewegen! Bewege den Gegenstand mit deinem Finger an die richtige Stelle! Gut mitgedacht! Zurück auf die Suche! Fast geschafft! Aufgepasst! Zerstört diesen verkrusteten alten Kokon! Gut mitgedacht! Zurück auf die Suche! Du holst auf! Wo willst du hin? Juhu! Bringen wir es dahin, wo es hingehört! Stück für Stück werden wir sie alle finden! Ein Element der Harmonie! Los! Holen wir es uns! Ohne Pinkie Pie wird das sicher nichts! Aber sieh nur! Queen Chrysalis hat einige der Ponys verzaubert! Und Applejack! Die Jagd geht los! Das glitzernde Crystal Empire! Was für ein Anblick! Hey! Das Wechselpony hat ein Element! Die Jagd geht los! Du holst auf! Was jetzt? Es gibt keine Zeit zu verlieren! Wähle ein... Mit Äpfeln kann Applejack Dinge umwerfen, die schwer erreichbar sind! Ja! Fast geschafft! Was jetzt? Keiner kann Gefahren wittern wie Pinkie Pie! Juhu! Du holst auf! Aufgepasst! Lästige Parasproids! Gut gemacht! Aber wir müssen immer noch weitersuchen! Fast geschafft! Was jetzt? Applejack hat einen kräftigen Tritt drauf! Je schneller du drückst, desto schneller Tritt siegt! Ja! Du holst auf! Wo willst du hin? Juhu! Bringen wir es dahin, wo es hingehört! Langsam aber sicher bringen wir alle Elemente wieder nach Hause! Wir haben keine Zeit zu verlieren! Die anderen müssen wir auch noch finden! Oh nein! Die Wechsel-Ponys sind überall! Für diese Mission werden nur zwei Ponys gebraucht! Twilight Sparkle! Applejack! Ponys auf zur Rettung! Holen wir uns dieses Buntglas-Stück! Da ist es! Da ist es! Lass es nicht entkommen! Fast geschafft! Was jetzt? Es wird Zeit, ein Pony auszuwählen! Applejack oder Twilight Sparkle! Twilight Sparkle! Gut gemacht! Aber wir müssen immer noch weitersuchen! Fast geschafft! Was jetzt? Es gibt keine Zeit zu verlieren! Wähle ein Pony aus! Hier ist etwas versteckt! Suchen wir danach! Lass uns das aus dem Weg schaffen! Diese Smaragde gehören Prinzessin großartig! Fast geschafft! Aufgepasst! Ist da oben etwas? Kannst du es sehen? Schau dich ganz genau um! Du hast es geschafft! Du holst auf! Aufgepasst! Es wird Zeit, ein Pony auszuwählen! Es muss einen Weg geben, um diese Tür zu öffnen! Gut mitgedacht! Zurück auf die Suche! Du holst auf! Erwischt! Juhu! Ihr habt das Wechselpony gefangen! Ein weiteres Buntglasstück wurde gerettet! Ein weiteres Stück gerettet! Gut gemacht, Ponys! Oh nein! Die Wechselpony sind überall! Für diese Mission werden nur zwei Ponys gebraucht! Applejack! Pinkie Pie! Die Jagd geht los! Holen wir uns dieses Buntglasstück! Du kannst nicht entkommen! Also versuch es erst gar nicht! Fast geschafft! Fast geschafft! Was jetzt? Oh nein! Dieses Ungeziefer blockiert uns! Ja! Ja! Fast geschafft! Ja! Was jetzt? Wartet! Da könnte eine Falle sein! Das ist eine Aufgabe für Pinkie Pie! Ja! Du holst auf! Aufgepasst! Es wird Zeit, ein Pony auszuwählen! Applejack oder Pinkie Pie! Aufgepasst! Ein Wechselpony! Juhu! Fast geschafft! Was jetzt? Es muss einen Weg geben, um diese Tür zu öffnen! Ja! Du holst auf! Erwischt! Juhu! Bringen wir es dahin, wo es hingehört! Stück für Stück werden wir sie alle finden! Ein Element der Harmonie! Los! Holen wir es uns! B-Jøben oder früher alles in Ihnen? B-Jøben Oder Sie gehen! Hier gehen auf B-Jøben Oder Sie gehen auf 5 Ton-Dunn sechs